Auf der Seite darfst du noch nicht fotografieren. Und auf der auch noch nicht. Denn schneller weißt du, den kannst du noch nicht fotografieren. Und da auch nicht. Denn die Maus ist auf der anderen Seite. Die müssen wir auch fotografieren. Leider geht das jetzt noch nicht. Nein, das geht noch nicht. Erst wenn ich weg bin. Ich darf warten, bis ich weg bin. Denn bei der Maus kommst du nicht mehr hin. Ich darf warten bis ich fertig bin. Denn ich bin nicht voll fertig. Der Zauberer fällt noch. Was zum... Was zum heiligen Haken. Ich hab doch schon gesagt, das geht nur nicht. Ah. Das darf doch nicht vor sein. Wieso geht der Zauberer nicht runter? Nein, du bleibst nicht oben. Und dich kümmer ich mich später. Zuerst kommen die Esken los. Ich bin gleich fertig. Zwei Bilder noch. Der Zauberer und der... Und das Bild. Papa, musst du gehen. Der Zauberer ist auch unterbrocken. Ja, endlich. Nur derzeit. Okay, ich hab nur noch das letzte Bild. Fertig. Nun sind wir fertig. Alle Bilder verändern bitte. Eins. Warte mal kurz. Ich muss doch noch auf die Couch legen. Denn ich würde die nicht vonnehmen. Die losse ich aus Glas. Okay. Dann bei... Eins. Die dolly herrlich heißt es, dass die aus Ramp werden. Der mit der Ramp schert... Die, die da herrlich die werden. Und was die nach Hause kommt dann weg. Dann... Und hier haben wir Nummer drei. Nummer vier. Jetzt nehmen wir auch dran. Sekunde. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Wo soll ich dich jetzt nicht stellen? Warte mal kurz. Da stellen sie mal hin. Dann haben wir Nummer vier. Dann haben wir Nummer fünf. Dann haben wir Nummer fünf. Eins fällt noch. Hast du gehört? Dann haben wir Nummer fünf. Dann haben wir Nummer sechs. Okay. Da haben wir jetzt die Bilder. Okay. Das sind's. Nummer sechs Bilder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Wir haben heute sechs Bilder. Du bist im Ramp, bitte. Du bist im Ramp, bitte.